Aufgepasst Leute, wir verlosen wieder was. Und zwar diese Star Wars Stormtrooper-Sammlerfiguren im Maßstab von 1 zu 10. Das Besondere bei denen ist, dass sie ein paar bewährliche Teile haben und vor allem, dass man die Gliedmaßen noch ein bisschen austauschen kann, damit die einfach unterschiedliche Posen annehmen. Und wenn ihr die gewinnen wollt, dann müsst ihr euch auf unsere Gewinnspielseite klicken. Den Link dazu findet ihr beispielsweise in der Videobeschreibung und dort eine richtig, 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 richtig schwere Frage beantworten. Vielleicht wird es aber auch ein bisschen einfacher, mal gucken. Zeit habt ihr bis kommenden Mittwoch um 22.38 Uhr. Es sei denn, da steht irgendwo was anderes im Text. Viel Erfolg, ihr lieben Gewinnspielteilnehmer im Internet. Yeah. Bär, wuuu, muaah, meinte ich nicht. Ich hab jetzt Gerüchte gehört, dass in Star Wars Episode VIII vielleicht einen Kuss zwischen Homosexuellen gibt. Meinst du Finn? Finn und Poe? Der heißt ja auch Poe. Langsam ist nicht lustig. Nee, nicht wirklich.